Na ja, Carsten, wir sind eh bei uns. Ich meine, wir sind alle oder so. Party! Ach, jetzt kommt man hier schon wieder nicht raus, ey. Hocht man hier drin, ey. Oh, kacke, ey. Deck da. Sehr schön. Wie viel Leben hast du noch, Matthias? 50 HP. Okay, dann halt dich zurück. Ich will Kills machen, ist mir egal, dann geh ich ja drauf. Scheiße, drei Hits. Ich hab mich gemutet, weil er zu krank schon war, weil ich ihn fast auch auslösen bin, ey. So, herzlichen Glückwunsch. War nicht eiskalt. Was ist der KD? Siehst du das Auto? Das hab ich nicht gebraucht. Das seh ich auch jetzt nicht mehr, weil ich da nicht hingeklickt hab. Okay. Ich will's am besten auch immer gar nicht wissen, weil es demotiviert dann oder so. Aber ich hab immer so Angst, dass, wenn du sagst, okay, der hat jetzt... Alter, kann ja auch, du kannst ja auch vielleicht einen Spieler mit einer 8er KD oder so gewinnen. Aber wenn du vornherein weißt, der hat eine 8 oder so, dann sagst du, oh scheiße. Ich glaub nicht, dass es zu Wort gibt. Natürlich. Hier ist die Kasse. Guck in die Rangliste, da sind welche mit 22. Du hast ja auch einen Cheat gehabt. Ja, du hast eine KD von 3,5 oder so. Weil er einen Cheat hatte. Ja, okay, er hatte Geschiete. Von mir aus. Aber es gibt auch Leute, die ich spiele so hart. Naja, und guck da an der Rangliste, da siehst du die KD. Naja, aber ich sag mal so, seitdem ich gesehen hab, wie mein Sohn beschissen hat, also hat es mir jetzt halt mal vorgeführt. Ja, da bewegt das alles gar nicht mehr so richtig. Ja, ich sag mal, wenn der wird schon gut spielen können, denke ich. Also ich glaube, die Leute würden sehen, wenn er bescheißt, oder? Ja, er hat ja eine sehr gute Ping, oder was, dann vielleicht. Weiß ich nicht. Er hat halt ein gutes Aim, ein gutes Equipment, gute Verbindung. Naja, Verbindung macht schon gut drauf. Taktisch gut. Naja, und wir sind alles abzuhüsten, oder? Naja, oder spielst du das? Nee, aber Matti haben wir einfach taktisch schon so was drauf. Naja, Karsten, wir sind eh bei uns. Ich meine, wir sind bald. Also man kann sich das nicht mehr vorstellen. Das muss man sich auch, genau. Man wird elker, die Reaktion nimmt einfach ab. Ja. Naja, der Boss ist hier. Du merkst das doch auch, wenn wir jetzt spielen. Also bei mir kommt jetzt dann langsam so ein bisschen Müdigkeit. Naja, das ist ja normal. Naja, aber die, wenn du jung bist, die ziehen da durch. Ja. Ja. Ja, wenn ich gut schlafen würde, würde ich auch durchziehen. Naja, das ist was anderes, Karsten. Wie geht's in deinen, ähm, deine, deinen Ohren? Wie die dürfen? Ja, im Fallen hat eigentlich. Ich wollte eigentlich den Bountyner aufnehmen. Äh, den Clou aufnehmen. Achso. Ja, ich hab Feinde gehört. Richtung Goldener Morgen. Achso. Ich wollte das schnell, deswegen wollte ich das mal schnell hinter mich bringen. Die kommen. Einer hat nen Hit. Oh. 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 Der Patscher stand ja neben mir. Was ist mit ihm los, Alter? Oh. So, pass auf. Jetzt, äh. Zweites Team. Zweites Team, guck auch schon. Markier. Drittes Team. Okay. Zwei. Oh. Zwei von links und ein von rechts. Jetzt wird's spannend. Wuhu. Party! Och, jetzt kommt man hier schon wieder nicht raus, ey. Kommt man hier drin, ey. Oh. Oh, du kannst die Schräge rausgehen. Ja, nur. Super. Ja, ey. Wo liegst du drin? Oben. Ja, aber lass es. Die campen mir ab jetzt. Nicht wiederbeleben, bitte. Nicht wiederbeleben, Karls. Wenn du mich wiederbelebst. Nicht wiederbeleben, Karls, wenn du mich wiederbelebst. Kannst du versuchen, Karsten. Die sehen mich schon da. Seht die nicht. Wie, bei dir oben, oder was? Ja, ja. Kannst du bei mir versuchen, wieder zu gehen. Ja, aber nur. Ja, okay. Jetzt werden sie wahrscheinlich drauf zielen. Ah, nein. Jetzt lieg ich im Dreck, Alter. Oh, ich schieße die ganze Zeit auf den Gepanzert da hinten auch. Mhm. Kommen die bei dir hoch, sag mal. Oh. Karls, kannst du das, die Stacheln gerade hier... Oh. Oh, kacke, ey. Becker. Wo denn? Bist du? Unter dir. Ach, draußen bist du. Mhm. Scheiße. Ne, der hat's Becker. Scheiße. Haha. Gersten, das war bis jetzt deine beste Falle, muss ich dir sagen. Cool. Cool. Zwo. Eins. Und da drunter bin ich. Ja, ich geh schon. Aber da sind Feinde. Problem, ich kann da nicht rein. Nein. Mann. Wo ist die? Wie schnell hat er mich anvisiert? Oh. Zwei Leute da, Carsten. Da, ich hab zwei ungenietet hinter euch. Also auf der anderen Seite. Da ist noch ein schwarzer. Ne, da sind zwei. Dann hat er seinen Partner wieder aufgehoben, glaube ich. Oh, doch nur einer. Ja. Ich hab da zwei bewegen sehen. Ein schwarzer Wandel, glaube ich. Ne, einer wird geschossen. Ja, ein schwarzer ist da. Und die Tussi, die liegt noch da. Siehst du, da sind noch zwei Leute da. Angeschossen ein. Sehr schön. Sehr schön. Nur noch den anderen. Der war vorhin dahinter. Kann man dich wieder beleben, Carsten? Ah, Matthias, ja, ne? Ja. Carsten, halt dich zurück. Ach, du bist ja da so beschissen. Ich muss jetzt mal so hoch. Wie viel Leben hast du noch, Matthias? 50 HP. Okay, dann halt dich zurück. Ich will Kills machen, ist mir egal. Dann geh ich ja drauf. Alles klar. Dann komm raus. Sag deinen geilen Arsch. Ja. Ah, hinter den Baumstämmen ist der rechts. Ah, ich würd's gar nicht sagen. Was denn? Geht nur zusammen dahin. Der kommt, Carsten, Carsten, geh weg! Carsten, wir sterben! Ich kann den Carsten nicht zugucken. Ich muss jemand anderen zugucken. Mir kann's aber auch nicht zugucken, sonst kann ich dich aufheben. Pst, hier wird's doch still sein, bitte. Pst, pst. Okay. Das war's. Krass, du bist alleine. Macht's gut, Jungs. Sehr schön. Ich vermis, jetzt... Du bist alleine. Du bist alleine. Du bist alleine. Was ist das? Scheiße, drei Hits. Was ist das? Was ist das? Was ist das? das gibt es doch nicht scheiß officer wie oft denn das war schon ein glück zu jedem halte ich das mal drei hits und er macht weiter als war nichts gibt es doch nicht aber er hat dann gleich keine heilung mehr das ist das gute schon mal doch ich dachte gleich hoch nicht doch hoch Bist du froh? Er wird bald keine Emme mehr haben. Sehr gut! Jetzt! Jetzt! Das gibt es nicht! Boah, Carsten ey! Was für ein Nerven! Ich hab mich gemutet, weil er zu krank schon war, weil ich... Ich bin fast am Haus nicht gemütet, ey! Der hat in der KD von 1,5 gehabt. Ne, ich bin tot. Mindestens bin ich jeweils draußen draußen. Also wie gesagt, dann müsste man ein bisschen zählen. Das ist meine Meinung. Ja, aber wir konnten ja gar nicht raus, weil zum Teil da raus, wo wir raus wollen, also ich zum Beispiel, konnte ja nur oben raus. Und dann haben sie natürlich nur dahin gedacht. Das hat sie abgebaut. Wenn die sich gegenseitig dezimiert hätten. Das ist ja langweilig. Aber das ist ja langweilig. Das ist ja langweilig. Bis zum nächsten Mal.